so ich grüße sie hallo herzlich willkommen wir sind eine klasse aufgestiegen formel 2 ist geschichte formel 1 ist das auto der wahl für diese saison in der bro league erstes rennen heute melbourne wir fahren 50 prozent ich sitze im ferrari und gehe natürlich wie immer auf sieg mal ob mir das gelingt auf geht's machen let's go let's go bitte nicht zu gehypt weil die mehr man sich freut desto mehr ist man enttäuscht we've had eight days of testing down in barcelona the teams of the drivers have had four hours on the track here in melbourne let's see if practice makes perfect as we start to get a bit serious größere beams nicht bei mir ich habe die kurve geht es richtig rund ja klar fünf position ja das die meinte die bots du da bist du auf der schnellen mhm ach fuck ich habe invalidated aber das kann ich haben so wibbelig wenn ich das sehe mit rückspiegel ja ich fahre immer nur mit dem pfeil kommt doch mal wer hinter dir fährt bei ralf wäre ich es auch du fährst nur mit dem pfeil das macht sinn jetzt ist einiges klar und jetzt geht's los hier ja schacki geil rausgelegt in die wand total schaden ja geil bist du im internet das ist ein 121 geworden 121 ja wenn ich geblockt werden geblockt werden würde dann wäre es eins ist es aber noch okay also ohne blocken wir zwei zähne schneller ist wie jetzt die Nein, ganz schlecht erwischt. Weiß nicht, aber für den P2 reicht es. BAH! Nein! Nein! Und es ist Licht und weg geht's! Los geht's! Ja, das sah hier gar nicht aus. Hat ich mir gedacht? Nicht so! Ja, los raus! Ja! Scheiße! Front Spoiler, Damage! Aha! Okay, ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Zeit gekostet. Nee, alles gut. Wollen wir erstmal kurz wieder mal warten? Ja! Hammer, hast du Spoiler gewechselt? Ja! Ich warte nicht zu fahren, ich habe eine Sekunde pro Runde auf Michi verloren. Ich richtig. , ich habe keine Vorstellung, Fisch zu fahren. Ich habe keine Vorstellung im Ausland. Ich habe keine Vorstellung im Ausland. Denken Sie mir, um, der Fall ist nicht zu. Auch das ist kein Vorstellung. Das ist ja, dass ich mich nicht zu dem, dass der Fall ist. Ich habe keinen Vorstellung im Ausland. Ich bin kaputt. Oh no. Geht's halt? Äh, danke. Danke. Oh, da geht noch was. Komm, push. Ach, knapp, knapp, Thomas, ey. Ne, reich, oder? Ne, knapp, nicht. Aber mir ist alles vorbei. Oh, ja. Oh, nein. What? Was hat noch passiert? Ach, verzwickt. Gutes Rennen. Was sagt? Thomas, wir strafen durch, ey. Was sagt? Ja, ich hab darauf, also Pace konnte ich nicht ganz mitgehen, deswegen hab ich auf Strafen gehofft, aber hat nicht ganz gereicht. Ja, aber das waren eine halbe Sekunde oder so. Ja, ne, zweit. Das war eine halbe. Achso, okay. Bastian hatte sechs Sekunden, ich hätte noch eine Strafe mehr von Bastian gebraucht, dann hätte es gereicht. Boah, ey. Boah. Ey, ich hab am Ende ziemlich lange gebraucht, um meine Finger von Kulturer zu lösen. Das war ziemlich verkrampft. Boah. Das war ja. Bis zum nächsten Mal. Links rubber durch Bastian. BJa. Bis zum nächsten Mal. Also, dieierzver podr Rennen. Bitionουμεän. Oh mia. Dann hat mich immer darauf parfait. Ja, ich ole sehr. Boah.